Blazkowicz, Oberkommander Eberhardt ist irgendwo an deiner Location. They're gonna flip you into the bad guy in their bullshit propaganda fell. Do your thing. Grace out. Er langt absolute Authentizität. Geld sparen spielte also keine Rolle. Hier wurde Terror-Billy geboren? Was für ein Scheißloch das ist. Ja, seine Mutter hat ihm das Judentum indoktriniert, seit er ein Kind war. Sein Vater konnte es nicht verhindern. Sie hat es so schlau angestellt. Deshalb wurde Terror-Billy zum Monster und hat seinen eigenen Vater umgebracht. Woher weißt du das? Ich habe heimlich ins Skript geguckt. Wow, ist das gut? Fantastisch.